Musik Checkt gerne in der Beschreibung Instagram und Twitter meine neuen Merch und natürlich MMOGA für Points und Game Keys aus. Mit allen Links unterstützt ihr mich. Vielen, vielen Dank dafür. Musik Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute, dem vierten Tag unserer Sprint to Glory Woche, wir starten rein in Spanien, in der La Liga Santander mit dem FC Malaga und diese haben ein Transferbudget von ungefähr 9,4 Millionen, einen Vereinswert von 105 Millionen und ja, ich hoffe, dass das Ganze ein wenig schneller geht als bei Benevento. Wer die Folge nicht gesehen hat, die kam gestern, richtiger Late-Night-Upload um 23.30 Uhr oder so. Checkt das auf jeden Fall nochmal gerne aus, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Derzeit haben wir die 1000 Likes noch nicht geknackt, aber ich denke, das packt ihr auf jeden Fall noch. Genauso würde ich mich riesig freuen, wenn wir auf dieser Folge wieder die 1000 Likes knacken und dann starten wir direkt rein in die Sprint to Glory mit Malaga und mein Ziel ist es, in dieser Folge das Ganze vielleicht mal unter, ja, unter 8 Jahren vielleicht zu schaffen. Checken wir zuallererst natürlich erstmal mal wieder den Kader ab. Wir spielen im 4-4-2. Was mir jetzt mal auffällt, ist hier ein ZOM auf der 6. Er kann allerdings auch im ZDM spielen. Wir haben, ich schaue mal kurz vom Alter her, einen relativ alten Torwart. Der Linksverteidiger ist 22 Jahre alt. Der wird wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen bleiben. Der erste Innenverteidiger geht auch klar. Vom Gesamtrating haben wir auch gar nicht so schlechte Spieler. Ich hoffe natürlich, dass wir hier noch irgendwo ein richtig starkes Talent am Start haben. Bisher leider nicht der Fall. 32 Jahre alt hier Castro auf der linken Mittelfeldposition. Der ist nicht mehr ganz so jung und vielleicht nochmal einen richtig jungen Stürmer. Stimmt. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Peña Randa. 20 Jahre jung. Der Junge hat auf jeden Fall Potenzial. Den versuche ich einfach mal mitzunehmen bis zum Champions League Finale. Und ansonsten auf der Bank. Lestien sollte auch nicht so alt sein. Genau. Und hier Bueno sieht auch nicht so alt aus. Der ist aber doch älter als gedacht. Hier haben wir noch Annoa. Rechter Mittelfeldspieler. Ja, müsst ihr einfach mal schauen. Ich finde, unser Kader sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber das habe ich auch bei Benevento gedacht. Und in der ersten Transferphase haben uns dann einfach 10 bis 15 Spieler nach Laie verlassen. Deswegen schaue ich hier direkt mal rein. Wie viele Spieler haben wir geliehen? Wie viele Spieler sind richtig da? Ja, okay. Wir haben viele Spieler geliehen. Unser Torwart ist geliehen. Lestien ist geliehen. Rolan ist geliehen. Peña Randa ist natürlich auch geliehen. Sehr, sehr stark. Baston ist geliehen. Bueno ist geliehen. Ja, es sind so viele Spieler geliehen. Es ist unfassbar. Wieder unfassbar viele Live-Spieler. Das bedeutet, nach der ersten Saison wird es wahrscheinlich die härteste Saison sein. Saison 2. Und wir haben ein Transferbudget von 9 Millionen. Das habt ihr schon gesehen. Plus das Vorbereitungsturnier. Und erstmal auch nochmal vielen, vielen Dank an das riesige Feedback. An die unzähligen Hashtags, die in den Kommentaren waren. Also es haben unfassbar viele Hashtag PSG geschrieben. Hashtag Torres. Da wird es in dieser Folge auch wieder ein Hashtag geben. Und vielen, vielen Dank an jeden, der meinen Zweitkanal ausgecheckt hat. Da haben wir jetzt die 7600 Abonnenten geknackt. Vielen, vielen Dank an jeden, der dort vorbeigeschaut hat. Und falls ihr das noch nicht getan habt, oben rechts auf dem i findet ihr wie immer meinen Zweitkanal. Und dann starten wir jetzt rein in die Saison. Und ich bin erstmal gespannt, auf welchen Positionen ich ja nachher das größte Handlungsbedarf sehe. Erstmal fangen wir jetzt allerdings an, dass wir ins Vorbereitungsturnier reingehen. Und danach fangen wir an mit Transfers. Der erste Transfer in dieser Karriere ist dann direkt fix. Und zwar habe ich mir gedacht, wir verstärken uns direkt auf der Keeper-Position in den letzten Sprint to Glory. Es ist mir nämlich aufgefallen, dass die wirklich einen erheblichen Anteil an den Simulationen hat. Deswegen habe ich mir da mal LaFont geholt. Roberto ist wie gesagt ausgeliehen, 31 Jahre alt. Und ansonsten haben wir nur einen 66er und einen 59er Keeper mit Casado. Und da denke ich, haben wir uns jetzt mit LaFont definitiv für die Zukunft verstärkt. Vielleicht sogar direkt der erste Spieler, der bis zum Ende am Start bleibt. Und ich habe mir überlegt, ich warte nicht noch ein Jahr, obwohl wir jetzt an Keeper geliehen haben. Einfach weil LaFont dann für uns wahrscheinlich nicht mehr bezahlbar wäre. Und das ist wahrscheinlich dann schon wirklich ein Spieler, mit dem wir ins Champions League Finale rein starten sollten. Außer natürlich, wir kriegen mega gute Angebote. Und ich kann auch mal sagen, ich versuche in den Sprint to Glories, in den sieben, die wir jetzt haben, explizit darauf zu achten, dass ich nicht immer die gleichen Spieler hole. Ist vielen von euch aufgefallen. Freut mich riesig, dass euch das Ganze aufgefallen ist. Und wir machen natürlich auch so weiter, dass ich hier in den sieben Folgen darauf achten werde, dass ich nicht die Spieler hundertmal hole und in jeder Karriere die gleichen Spieler. Ja, weil sonst macht das keinen Sinn. Sonst hätte ich einfach siebenmal das Gleiche hochladen können, wenn man wirklich immer den gleichen Spieler holt. Da versuche ich extra darauf zu achten. Und das werde ich definitiv auch in dieser Karriere weitermachen. Wir sind in unserer allerersten Saison in der Winterpause angekommen, Anfang Januar. Und wir schauen auf die Tabelle. Und das ist ein Blick, den ich lange so nicht mehr in der ersten Saison haben durfte. Tabellenplatz 10. Das klingt doch sehr, sehr überzeugend. Ich muss nochmal kurz schauen, wie viele Punkte zum Abstieg. Das sind sogar eine Differenz von fünf Punkten am Start. Das ist jetzt nicht so viel. Das Ganze unten ist sehr, sehr eng beisammen. Aber trotzdem bin ich damit zufrieden. Das ist, wie gesagt, der Kader LaFont sich mittlerweile entwickelt. Ich kann gerade nochmal schauen, ob wir vielleicht irgendwo nochmal derzeit stärkere Spieler stellen können. Wir haben auch viele Spieler verliehen, bei denen ich viel Potenzial sehe. Also ich bin eigentlich mega zufrieden mit dem Kader. Ist, denke ich mal, auch der beste Kader, den wir bisher in einer Sprint to Glory hatten hier. Kommt einfach mal Listien an den Start. Und ansonsten sieht das doch ganz in Ordnung aus. Also ich bin, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden mit dem Kader. Und ich hoffe, dass wir in dieser Saison vielleicht schon ordentlich was reißen können. Vielleicht einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Und dann in den nächsten Jahren schon direkt für den internationalen Wettbewerb angreifen können. Denn sowas bringt natürlich auch immer noch ein wenig mehr Budget. Und dadurch können wir uns dann frühzeitig gute Spieler holen. Und ich hoffe einfach mal, dass das Ganze dann so klappen wird. Wie gesagt, derzeit Tabellenplatz sehen. Und dann sind wir jetzt schon am Saisonende der ersten Saison. In der zweiten Saison wage ich vielleicht dann schon mal den großen Unbruch. Ich habe es bewusst nicht in der ersten Saison gemacht, da in der ersten Saison der Kader meistens ein wenig unübersichtlich ist. Man hat viele Spieler selber ausgeliehen. Viele Spieler sind noch geliehen. Und deswegen, nach der ersten oder zweiten Saison hat man meistens seinen Standardkader wieder zusammen. Wir sind jetzt am Ende der Saison angekommen und auf Tabellenplatz 13. Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. 10 Punkte vor dem Abstieg und ja, auch etwas mehr als 10 Punkte für die internationalen Plätze. Also wirklich im souveränen Mittelfeld unterwegs. Und das versuchen wir natürlich im nächsten Jahr zu steigern. Und damit starten wir direkt rein in Saison Nummer 2. Die ersten Abgänge bei uns sind fix. Wir fangen an mit Lopez, der wechselt für 540.000. Und weiter geht es dann mit einem Innenverteidiger von uns, der 30 Jahre alt war. Damit nicht mehr zu den Jüngsten gehörte und auch irgendwie an Position 5 oder 6 stand. Und das ist hier Bakery, Kone, dieser wechselt für 4,5 Millionen. Und dann haben wir hier noch Munoz, der wechselt für 470.000. Also alles nicht so die großen Transfers. Dafür holen wir jetzt aber einen Transferhammer. Und zwar habe ich mir, ich glaube, noch nie in der zweiten Saison einen Spieler für 19 Millionen geholt. Hier jetzt aber Ndiay Didio. Oh, keine Ahnung, ob das jetzt gerade richtig war. Aber der wechselt zumindest zu uns. 21,5 Millionen sogar. Damit haben wir jetzt aber einen neuen Stürmer. Kennt sich in der Liga auch schon aus. Also perfekt. Und der kommt natürlich direkt in unsere Sturmspitze und verstärkt uns um einiges. Das ist jetzt derzeit unser Kader. Ein weiterer Verkauf bei uns ist Ian Soler. Der wechselt für 530.000. Also mal wieder für so gut wie gar nichts. Weiter geht es mit Miguel Torres. Dieser wechselt für immerhin 2,3 Millionen. Einen weiteren Spieler habe ich da noch von unserem Restgeld geholt. Und zwar handelt es sich um Han Kwang Song. Der wechselt noch zu uns für eine Ablösesumme von 6,2 Millionen. Hat schon einen Marktwert von 5 Millionen. Ist gerade mal 19 Jahre alt. Und hat dazu ein überragendes Potenzial. Ich glaube 87er Potenzial. Damit ist er top. Und der ist jetzt einfach nur so ein wenig für die Breite des Kaders. Dass die zwar noch existiert. Aber ich möchte das Ganze natürlich auch mit jungen Spielern. Die sich auch für die Zukunft weiterentwickeln. Aufrüsten. Und jetzt haben wir so gut wie kein Transferbudget mehr. Und starten rein in Saison Nummer 2. Wir sind jetzt in unserer zweiten Winterpause angekommen. Und ich habe immer noch das Gefühl. Außer natürlich diese Saison geht jetzt voll nach hinten los. Ich habe aber immer noch das Gefühl. Wir könnten hier mit Malaga den schnellsten Champions League Titel in dieser Woche holen. Und derzeit auf einem einstelligen Tabellenplatz. Und tatsächlich einen einzigen Punkt von den internationalen Plätzen entfernt. Und wenn ich mal sage, wie viele Punkte Real Madrid vorne ist. Dann glaubt man das gar nicht. Real Madrid befindet sich tatsächlich nur vier Punkte vor uns. Das ist unglaublich. Die haben zwar nur eine einzige Niederlage. Dafür allerdings neun Unentschieden. Das ist der Kader, der uns soweit geführt hat. LaVor jetzt der erste 80er Spieler bei uns. Sehr, sehr gute Entwicklung. Unser Stürmer links geht auch auf die 80 zu. Und ich sehe gerade, LaVor ist nicht der erste. Sondern wir haben schon zwei 80er Spieler. Recio ebenfalls auf der 80. Also bei uns tut sich ordentlich was. Und wir haben auch noch sehr, sehr gute junge Spieler. Hintendran wie zum Beispiel ein Hanquang Song. Oder dann auch hier Ontiveros. Auch erst 21 Jahre alt. Er hier sieht auch mega jung aus. Aber bestimmt ist er nicht jung. Ich werde... Oh, doch. Er ist jung. Mula auch erst 22 Jahre. Also wir haben echt Weltklasse-Talente unter unseren Reihen. Und dann gucken wir mal, was unser Transferbudget sagt. Ich glaube, im Winter werden wahrscheinlich keine Transfers passieren. Wir sind am Ende der zweiten Saison. Und mal sehen, wie es jetzt aussieht. 88er Trainer-Rating. Das letzte Spiel gewonnen. Und ganz, ganz knapp hinter den internationalen Plätzen. Manche Mannschaften müssen zwar noch ein Spiel machen. Aber trotzdem, wir können nicht mehr reinrutschen. Sehr, sehr knapp gescheitert. Und 3,80er am Start vielleicht. Ja. LaFont sogar jetzt 81. An Noah geht hoch. Und ich denke mal, links hätten wir auch einen neuen Spieler, den wir hinstellen können. Und... Ähm... Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich dachte, wir hatten auch einen linken Mittelfeldspieler. Genau. Hier haben wir ihn. Mula. Der noch um einiges jünger ist als Johnny. Mit 5 Jahren jünger. Kommt da direkt mal hin. Und ja, dann sieht unsere Mannschaft ganz gut aus. Ich bin echt mega zufrieden mit unserer Mannschaft. Ich glaube, das wird was mit den 8 Jahren. Saison 2 ist vorbei. Wir starten rein in Saison Nummer 3. Der erste Transfer in der neuen Saison ist fix. Und zwar ist das Ignazi Miguel. Dieser wechselt für 7,2 Millionen zu Deportivo Alaves. Und der erste Neuankömmling wird mal wieder ein Stürmer sein. Lautaro Martinez wechselt aus seinem Heimatland Argentinien vom Racing Club zu uns. Zum FC Malagana Spanien. 21 Jahre jung. Jo, unser Vorstand sagt, dass wir das Ganze sehr, sehr gut machen. Und der kommt direkt in den Sturm. Ich habe jetzt alle anderen Stürmer auf die Transferliste gestellt. Also diese beiden Stürmer nicht. Dazu sind noch bei uns El Nesri nicht auf der Transferliste. Und dann unser Neuankömmling hier Han Kwang Song. Die beiden sind nicht auf der Transferliste. Bei denen sehe ich viel Potenzial. Aber hier Ideye und Santos. Die beiden sind auf der Transferliste gelandet. Der nächste Verkauf ist Tikka Duini. Und dieser wechselt zu Leeds United in die englische zweite Liga. Außer natürlich, sie sind aufgestiegen. Und das Ganze für 3,15 Millionen. Außerdem verlässt uns Manuel Sifu. Er wechselt zu Real Saragossa für 2,35 Millionen. Der nächste Verkauf ist einer von unseren Stürmern, die sich auf der Transferliste befinden. Und zwar Brown Ideye. Und der wechselt für 4,3 Millionen. Und davon kriegen wir 3,1. Wir holen uns dann nochmal einen neuen Innenverteidiger. Und zwar aus der Bundesliga. Manuel Akanji wechselt für eine Ablösesumme von 16 Millionen. Nach Spanien. Das Ganze nehmen wir natürlich an. Und ich glaube sogar, er hat das gleiche Rating wie ein derzeitiger Innenverteidiger. Sollte nur wahrscheinlich jünger sein. Und deswegen kommt er da erstmal in die Startelf rein. Und dann starten wir so rein in die neue Saison. Wir sind wieder in der Winterpause angekommen. Und ich bin gespannt, ob wir unser letztes Jahr nochmal übertrumpfen können. Wir sind in einem Punkt an den internationalen Plätzen vorbei. Und ja, wir konnten es nochmal verbessern. Derzeit Tabellenplatz 6. Damit vor Barcelona. Ich sehe es gerade richtig. Drei Punkte mehr. Acht Sieger ein Unentschieden. Sieben Niederlagen. Aber wir stehen vorne drin. Wir stehen derzeit im internationalen Bereich. Aber das Problem ist, das wird wahrscheinlich nicht einfach sein, das bis zum Ende beizubehalten. In Barcelona oder auch in Sevilla, Valencia, Bilbao. Da gibt es viele Mannschaften, die von der Qualität des Kaders, vor allem in FIFA, nicht schlecht sind. Die viele entwicklungsfähige Spieler haben. Und da müssen wir definitiv aufpassen, dass da nicht irgendjemand nochmal durchrusht und an uns vorbeizieht. Das Ende der dritten Saison ist jetzt erreicht und vielleicht das erste Mal international das Trainer-Rating ist nach unten gegangen. Ich denke nicht, aber wir schauen trotzdem rein. Ah, ein Punkt verfehlt. Aber wir sind immer, immer, immer dichter dran. Also das sieht nicht schlecht aus. Unsere Mannschaft entwickelt sich auch weiter. Ihr habt gesehen, Transfer-BG haben wir nicht. Santos haben wir fast im Winter noch verkauft. Ist dann kurz vor Ende gescheitert. Und Rosales, unser Rechtsverteidiger, wird unseren Verein verlassen. Das bedeutet, wir müssen uns nächstes Jahr an allererster Stelle um einen Rechtsverteidiger kümmern. Der erste neue Spieler für die Saison Nummer 4 ist jetzt direkt gefunden. Und zwar verstärkt er unsere Defensive. Ruben Neves, 23 Jahre jung, 83er-Gesamt-Rating. Wir zahlen 31 Millionen für ihn. Und er kommt natürlich direkt in die erste Mannschaft. Die sieht mittlerweile jetzt sogar schon so aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir es vielleicht sogar diese Saison schaffen könnten. Überall außerhalb der Rechtsverteidiger-Position in den 80er-Bereich zu gehen. Auch wenn ich bei Mula noch nicht ganz davon überzeugt bin. Der erste Verkauf ist dann auch in dieser Saison getätigt. Und zwar wechselt Johnny für 9,5 Millionen zu Hellas Verona. Kurz vor Ende der Transferphase haben wir uns dann nochmal um einen neuen Rechtsverteidiger gekümmert. Der einfach für die Zukunft eingeplant ist. Wir haben jetzt auch ein bisschen viel bezahlt. Aber der wird sich in der Zukunft definitiv noch entwickeln. Wir kriegen ja ein Angebot rein bezüglich Diego González. Und das lehnen wir jetzt erstmal ab, weil wir so knapp vor Ende der Transferphase sind. Und wir uns dann nochmal einen neuen Innenverteidiger kaufen müssten. Und das wäre mit dem Geld auch sehr, sehr kritisch geworden. Wir bleiben jetzt erstmal dabei. Und das ist jetzt unser derzeitiger Kader, mit dem wir in diese Saison rein starten werden. Wir sind am 1.1. angekommen und vielleicht das erste Mal ganz vorne mit dabei. 91er Trainer Rating und Tabellen, ja, okay. Und Tabellenplatz 4. Wird das die erste Saison, wo wir in der Champions League mitmischen dürfen? Das könnte es wirklich dieses Jahr werden. Und ihr seht es, unser Kader entwickelt sich, entwickelt sich, entwickelt sich. Ich schaue mal kurz, wie weit unser Rechtsverteidiger ist. Den packe ich da einfach schon mal hin. Der wird dieses Jahr noch die 78 erreichen. Unsere Offensive ist überkrass. Unsere Defensive sieht stark aus. Ja, wird es dieses Jahr was mit der Champions League? Wir werden es sehen. Wir sehen uns am Saisonende wieder. Wir sind am Ende der Saison angekommen. Aber bevor wir uns die Tabelle anschauen, habe ich noch gesehen, wir stehen tatsächlich im Copa de España Finale. Und das schauen wir uns natürlich an. Es geht ran gegen Real Madrid, gegen die Königlichen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir hier vielleicht überraschenderweise gewinnen können. Denn ich glaube nicht, dass wir auf einem Level sind wie Real Madrid. Wir schauen uns das Ganze an. Wir haben gespielt 2 zu 2 unentschieden. Das liebe ich ja. 95er Trainer Rating. Was geht ab? Und Tabellenplatz 5 leider nur. Damit bin ich ehrlich gesagt nicht ganz so zufrieden. Hätten gerne einen Platz weiter vorne landen können. Copa de España konnten wir aber im Elfmeterschießen gegen Real Madrid gewinnen. Und dann würde ich sagen, geht es nächstes Jahr richtig ran. In der Europa League, in der Liga und im Pokal. Und vielleicht dann das übernächste Jahr schon in der Champions League. Der erste neue Spieler dieser Saison wird dann ein richtig guter Rechtsverteidiger. Wir hatten da jetzt letztes Mal schon einen verpflichtet. Der verstärkt uns jetzt allerdings nochmal um einiges. 84er Gesamter Rating. Pablo Maffeo. Und der kommt natürlich dann auch direkt auf diese Position. Und dann ist die einzige Position, die ich jetzt in naher Zukunft noch verbessern möchte. Heute, ich weiß gar nicht, die linke Mittelfeldposition oder dann sogar einer der Innen- oder ZDM-Positionen. Wir hätten hier noch Antiveros, der auch links spielen könnte sogar theoretisch. Also da müssen wir einfach mal schauen, was sich jetzt in den nächsten Jahren tut. Und ja, wir sind dieses Jahr vielleicht sogar schon in der Champions League dabei, denn wir stehen in der Qualifikationsphase. Jetzt sind wir dann im Winter angekommen und wir waren tatsächlich in der Champions League dabei. Trainer Rating mega nach unten gegangen. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so ein schlechtes Zeichen sind. Im Pokal sind wir noch drin. In der Liga sind wir derzeit Erster. Und das heißt dann wahrscheinlich, dass wir in der Champions League schon draußen sind. Das wäre sehr, sehr schade, wenn wir da jetzt in unserer ersten Saison direkt in der K.O.-Phase ausscheiden. Aber es ist wirklich so. Wir sind leider in der Gruppenphase gescheitert. Wahrscheinlich Tabellenplatz 3 oder so. Das heißt, wir machen noch weiter in der Europa League. Und ja, Dritter hinter Schalke und PSG. Ja, ein bisschen schade. In sechs Spielen nur drei Tore geschossen ist aber auch schwach für unseren Sturm, den wir haben. Also wenn man sich diesen Sturm anschaut, dann sollten die schon mehr Tore schießen als drei in sechs Spielen. Wir verkaufen mal im Winter einen Spieler und zwar Michael Santos, der Stürmer, der schon lange ausgemustert ist. Ich glaube, zwei bis drei Jahre ist er schon ausgemustert. Den verkaufen wir für 15 Millionen zum FC Everton. Am Ende der Saison Nummer 5 stehen wir dann tatsächlich in unserem ersten internationalen Finale. Alle, wir müssen ran gegen den FC Liverpool im Finale der Europa League und haben 2-1 verloren. Schade, sonst wären wir dadurch schon direkt für die Champions League qualifiziert. Aber die Ergebnisse 1-0 gegen Atletico Madrid, 3-0 gegen Valencia sprechen für sich. Ich denke, wir haben das Ganze über die Liga erreicht. Und da sind wir tatsächlich Erster geworden vor Real Madrid, vor dem FC Barcelona. Steht nur eine Mannschaft und zwar ist das der FC Malaga. Ja, und das heißt, mit großen Zielen starten wir rein in unsere sechste Saison. Und vielleicht schaffen wir es da ja schon mal das erste Mal in die K.O.-Phase der Champions League. Der erste Transfer der neuen Saison, der Saison Nummer 6 jetzt glaube ich, oder schon Saison Nummer 7. Ich bin mir gerade gar nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist auf jeden Fall ein neuer Innenverteidiger. Sehr, sehr jung, 22 Jahre alt. Der Matis Delict und der hat schon eine 84er Gesamtstärke. Wir bezahlen 38,5 Millionen bei einem Marktwert von 35,5 Millionen. Ich denke, das geht vollkommen in Ordnung. Und der kommt natürlich auch direkt in die erste Mannschaft und ist jetzt in der Innenverteidigung neben Makangi. Und unser überflüssiger Innenverteidiger, der hat sich jetzt auch verkauft und zwar Villanueva, verkauft sich für 14,5 Millionen, bleibt allerdings in der spanischen Liga und wechselt zu Athletic Bilbao. Und wir holen uns dann natürlich auch noch einen neuen Mann und zwar für ZDM Manuel Locatelli. 82er Gesamtrating mit 24 Jahren. Der kommt natürlich direkt in die erste Mannschaft und dann starten wir rein in die nächste Saison. Wir sind mal wieder in der Winterpause angekommen und ich muss sagen, ich denke, bei unserer Gruppe der Champions League müssen wir es dieses Mal überstanden haben. Wir schauen direkt rein und wir sehen, Copa de España sind wir im Achtelfinale. Dann geht es weiter in der La Liga. Da sind wir derzeit Dritter und jetzt schauen wir noch auf den für mich derzeit wichtigsten Wettbewerb. Denn das ist die Champions League und da möchte ich eigentlich bei der Gruppenphase, die wir haben, das Ganze überstanden haben, haben wir auch als Gruppenerster. Wir müssen ran gegen den FC Bayern München. In unserer Gruppe waren unter anderem Liverpool, Celtic und Guimaraes. Und ja, da konnten wir uns durchsetzen. Knapp vor Liverpool und Celtic und Guimaraes sind da relativ weit weg. Für uns geht es jetzt rein in unsere allererste K.O.-Phase in der Champions League. Das ist der Kader der Antritte. Ligt wird gleich noch runtergenommen, da er leider rot gesperrt ist. Aber da haben wir ja einen 81er Ersatzverteidiger. Ich hoffe, das macht unser Assistenztrainer da richtig und wechselt den ein. Enrico Dallot, nee, er spielt sogar mit unserem Außenverteidiger auf der Innenverteidiger-Position. Fragwürdig. Ich hoffe natürlich, dass wir trotzdem was reißen. Sehr, sehr starker Kader, den Bayern da hat. Pawlowski sagt mir nichts unbedingt, aber Martial, Goretzka, Thiago, Martins, Sanson, Grimaldo, Südetar, Kimmich, Neujahr. Ich glaube, darüber muss man nicht sprechen. Und gerade dieser Pawlowski macht das 1 zu 0 für Bayern mittlerweile 1 zu 1 durch den Treffer von Arnoa. Ich hoffe aber, dass einer unserer beiden Offensiv-Männer noch trifft. Einer ist schon drunten und es bleibt beim 1 zu 1 im Hinspiel. Wir gehen jetzt rein ins Rückspiel gegen den FC Bayern München. Und wie gesagt, Hinspiel gegen 1 zu 1 aus. Das bedeutet, ja, wir können hier selbst ohne einen einzigen Treffer weiterkommen. Dazu müsste Bayern allerdings auch ohne einen einzigen Treffer bleiben. Das ist ganz wichtig. Zur Halbzeit sieht das schon mal gar nicht schlecht aus. Jetzt die zweite Halbzeit nochmal genauso spielen. Martinez übrigens angeschlagen, wird jetzt auch runtergenommen durch Han Kwang. Son ersetzt Arnoa mit dem 1 zu 0 für uns. Und das könnte was werden. Und wir stehen damit im ersten Viertelfinale, glaube ich, unserer Trainerkarriere beim FC Malaga. Mal wieder geht es mit einer Rotsperre rein. Diesmal trifft es Locatelli. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass Onyekuro auch irgendeine... Ne, Onyekuro ist das gar nicht. Ontiveros irgendwo auf der Bank sitzt. Der ist diesmal oder ist mittlerweile sogar besser als Arnoa. Das bedeutet, der kommt direkt mal dahin. Und jetzt könnten wir noch gucken, ob wir Mula irgendwie runterkriegen. Ontiveros vielleicht auf links. Das passt sogar. Den setzen wir direkt mal links ein. Und dann... González hat sogar mittlerweile die 83. Über den habe ich auch letztens gesprochen. Und dann vielleicht kann ein Stürmer noch woanders spielen. Den könnten wir uns sogar noch besser aufstellen. Wenn wir das Ganze nämlich so machen, hätten wir, glaube ich, derzeit unsere beste Mannschaft am Start. Und dann starten wir damit auch rein ins Spiel gegen... Gegen... Gegen wem war das jetzt noch gleich? Gegen, 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 gegen... AC Mailand, wo ich ja schon gesagt habe, ich glaube, AC Mailand sollte definitiv schlagbar sein. Und das schauen wir uns jetzt natürlich auch an, ob wir vielleicht da direkt das Hinspiel gewinnen können. Und let's go. Wir starten rein gegen AC Mailand, die sich bereits gegen Liverpool, also gegen unseren Gruppenzweiten, durchsetzen konnten. Waren dann wahrscheinlich Gruppenerster in ihrer Gruppe. Ich hoffe natürlich, wir können hier überzeugen. Aber der Kader ist stark. Der Kader ist echt nicht schlecht. Also da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Zwei gelbe Karten bisher in der Partie. Ndiao Didio mit dem 1 zu 0 für uns. Und ohne Gegentor im eigenen Stadion wäre natürlich ein Traum. Das würde ich direkt mitnehmen. Zehn Minuten noch zu gehen und es sieht danach aus, wir gewinnen im eigenen Stadion mit 1 zu 0. Wir gehen mit dem gleichen Kader rein wie im Hinspiel. Wieder ein ZDM. Leider angeschlagen. Diesmal ist es allerdings nicht Locatelli, der rot gesperrt ist, sondern diesmal ist es auf der anderen Seite Ruben Neves, der rot gesperrt ist. Also das gleicht sich relativ aus. Diesmal nur ein anderer ZDM davon betroffen. Und sagt jetzt nicht, Locatelli muss auch noch runter. Das wäre natürlich gar nicht so gut. 65 Minuten gespielt derzeit. Wenn wir weiter am besten jetzt noch irgendwie zu einem Treffer kommen, dann ist das Ganze hier durch. Aber es sieht nicht danach aus. Es sieht nach einem langweiligen 0 zu 0 aus. Und ja, das ist es auch. Aber wir ziehen mit dem langweiligen 0 zu 0 dann jetzt ins Halbfinale. Wir starten jetzt rein ins nächste Spiel, ins Halbfinale gegen Lazio Rom, die ich als durchaus machbar einschätzen würde. Jetzt ist nur das Ding, ähm, wieder ein ZDM nicht mit am Start. Ich habe das Gefühl, die wollen nicht zusammen spielen. Diesmal ist Neves wieder da. Locatelli hat diesmal aber dafür keine Lust. Und bleibt zu Hause. Rika mit dem 1 zu 0. Unser Linksverteidiger trifft hier direkt. Und dann hoffe ich, dass das hier im eigenen Stadion auch ohne Gegentor bleibt. Weil dann wäre dieses 1 zu 0 einfach eine perfekte Ausgangssituation für das Rückspiel. Pereira eingewechselt macht das 1 zu 1. Kaum spricht man darüber. Aber ja, dann bleibt es bei Mainz zu 1. Das ist jetzt nicht unbedingt die ideale Ausgangslage fürs Rückspiel. Dann geht es jetzt ins Rückspiel rein. Und wie gesagt, ich sehe die Chancen vielleicht sogar ein bisschen mehr dieses Mal auf den Seiten von Lazio. Wir geben natürlich trotzdem unser Bestes. Ich hoffe, dass unsere Mannschaft hier trotzdem irgendwie was reißen kann. Wir brauchen definitiv ein Tor. Also wir dürfen uns da nicht hinten reinigeln lassen. Und Ceccini direkt mal mit der gelben Karte nach 13 Minuten. Lukaku mit dem 1 zu 0. Han Kwang Son gleich außen jetzt noch einen Treffer machen. Dann sehe ich uns hier in der nächsten Runde. Und das wäre das Finale. Und ihr habt es schon gesehen, der Treffer ist gefallen. Bleibt es dabei? Ja. Wir gewinnen 2 zu 1 in Rom. Und damit stehen wir im Champions League Finale. Ich glaube, Saison Nummer 7. Vor dem ganzen Hin und Her habe ich angesprochen. Ziel ist es in 8 oder unter 8. Und ich glaube, das haben wir erreicht. Oder sind wir sogar noch in Saison Nummer 6. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Wir starten jetzt rein ins Champions League Finale gegen die Mannschaft mit der Fünferkette. Gegen Chelsea, die sich anscheinend gegen Manchester United im Halbfinale durchsetzen konnten. Ihr glaubt es nicht. Aber diesmal können tatsächlich, guckt es euch an, beide Innenverteidiger spielen. Das ist die Mannschaft, mit der wir ran müssen. Mittlerweile echt eine starke Mannschaft. Auch auf der Auswechselbank sieht das Ganze nicht schlecht aus. Ich schaue mal kurz, ob ich noch jemand anderen mitnehme. Das hier ist übrigens Chetcini, der ein paar Mal gespielt hat. Aber ich glaube, wir lassen das Ganze so. Und hoffen jetzt, dass wir hier das Finale gewinnen können. Gegen den FC Chelsea. Gegen die Mannschaft mit der Fünferkette, bei denen es auf keinen Fall leicht sein wird. Wir treten einfach mal an mit dem Orangetrikot. Orangetrikot ist ganz nice, finde ich. Können wir zumindest definitiv mal machen. Und dann nehmen wir bei Chelsea einfach mal die blauen. Das ist vom Unterschied ganz gut. Und für die Leute, die jetzt gerade neu dabei sind, wir spielen natürlich auf Legende. Allerdings passen wir das Ganze nochmal ein bisschen an, damit das Ganze ein bisschen schwieriger wird. Haben alle CPU-Einstellungen nochmal um 2 verbessert. Beziehungsweise die schlechten CPU-Einstellungen um 2 verschlechtert. Damit zum Beispiel die Fehlerhaftigkeit von Pässen noch weiter nach unten gegangen ist. So ist das jetzt zumindest immer ein spannendes Spiel gewesen. Wer sich die letzten Folgen angeguckt hat, seit der Sprint-to-Glory-Woche, der weiß das definitiv. Und dann starten wir jetzt rein mit den veränderten Einstellungen ins 90-minütige Schwitzen. Und wir hoffen natürlich, dass wir hier den Sieg mehr nach Hause nehmen können und damit die Champions League gewinnen. Hier haben wir die beiden Spieler im Fokus. Das ist einmal Morata, sieben Tore in den letzten drei Champions League-Spielen. Und dann haben wir Didio bei uns mit einem Dreierpack. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das müsste dann aber dementsprechend Liga gewesen sein. Denn ich glaube, das letzte Spiel ging 2 zu 1 für uns aus in der K.O.-Phase der Champions League. Das war das Halbfinale. Und ja, dann hoffe ich jetzt, wie gesagt, dass wir hier den Sieg klar machen können. Das ist unsere Aufstellung, die solltet ihr bereits kennen. Und wir schauen uns natürlich auch die Kette von Chelsea an, die, ich sag mal, zu 90% eine Fünferkette sein wird. Denn so kenne ich Chelsea eigentlich nur. Und dann können wir direkt mal auf die Kette raufschauen. Und hier haben wir Chelsea. Courtois, Karstorff, Omerio, Grüdiger-Christensen ist eine Fünferkette. Tejas links, dann Kanté, Loftus, Cic und dann vorne Eden Hazard, Morata und Malcom. Krasse Offensive. Ich glaube, der Linksverteidiger ist sehr, sehr offensiv. Karstorff ist, glaube ich, ein bisschen defensiver von den Außenverteidigern. Und vielleicht können wir dann ein bisschen was über unsere rechte Seite machen, über die linke Seite von Chelsea. Nices Logo auf dem Orangen. Und dann starten wir jetzt direkt rein ins Champions-League-Finale gegen Chelsea. Das 1 zu 0 hier erste große Chance im Spiel. Und die macht er direkt. Han Kwang Son ist es, glaube ich, gewesen. Mit der ersten Chance schön hier geöffnet von Didio. Es ist nicht, es ist Lautaro Martinez. Und dann Han Kwang Son mit dem Treffer. Eiskalt vor Courtois. 1 zu 0 nach 15 gespielten Minuten. Oh, stark gemacht. Da hat Ontiveros jetzt richtig viel Platz. Und wenn er das gut macht, müsste das auch an einem Torenden stark gemacht. Am ersten Verteidiger vorbei. Nochmal ganz zurück auf Ruben Nevis, der aus der Distanz. Und da kommt Courtois gerade eben noch ran. Und Nevis geht vorbei. Jetzt in die Lücke. Stark. Noch einmal abgelegt. Jetzt durchgesteckt. Und jetzt muss es das sein. Und wir gehen drei Minuten nach Anpfiff. Nach wieder Anpfiff. Vier mit dem 2 zu 0 in Führung. Unfassbar stark gespielt von unserem Sturm-Duo. Han Kwang Son mit der Vorarbeit. Und Lautaro Martinez dann mit dem Treffer. Hier auch schön gesehen, schön eingeleitet. Und dann sind wir durch und schön vorbeigeschoben. 2 zu 0. Und eventuell ist das schon die Vorentscheidung. Und da ist er durch. Hazard mit der riesen Chance für Chelsea. Das hat das Spiel wieder aufgemacht. Aber er verhaut es. Und dann machen wir auch noch einen Fehlpass in der Offensive. Gerade läuft gar nicht so viel. Stark gemacht von Cheek. Und dann kommt er auch noch glücklich durch. Jetzt müssen wir tatsächlich nochmal aufpassen. Gehen ins Leere. Jetzt aber. Und wir haben jetzt ganz viel Glück in der 58. Han Kwang Son. Was ist das für eine Defensive? Da stellt man die Werte schon hoch. Und die Defensive komplett unsortiert. Han Kwang Son mit seinem zweiten Treffer. Gerade Chelsea in der Offensive überragend. Und dann hier hinten diese Lücken gerissen. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Laufweg von Martinez zu tun hat. Dass Chelsea da komplett auf Abspiel gegangen ist. Han Kwang Son geht auf jeden Fall durch. Und macht hier seinen zweiten Treffer in der Partie. Der sollte Man of the Match werden. Der hat jetzt zwei Treffer und eine Vorarbeit. Ich denke, da muss man nicht viel drüber reden. Ich versuche den ins Torwart-Eck. Ich versuche den einfach mal ins Torwart-Eck. Da ist jetzt Platz. Und DiTio ist schneller als so. Manch einer denkt, der Pass ist auch exzellent. Und die Parade von Kurzfahrt zumindest die erste Weltklasse. Und dann kann Ontiveros abstauben. 4 zu 0. Das ist definitiv mit Abstand. Der höchste Sieg mit den Einstellungen kommt aber auch da. Oder erfolgt auch daraus. Ja, dass Chelsea null Druck macht. Die Fünferkette ist wirklich sowas von schlecht. Bei diesen CPU-Einstellungen. Chelsea steht meistens hinten nur rum. Und dadurch können wir das ganze Spiel aufbauen, wie wir wollen. Da, das ist Chelsea derzeit. Das ist Chelsea derzeit. Und das sage ich jetzt nicht erst seit zwei Sekunden. Sondern das macht Chelsea von Beginn an. Wir können einfach durchstolzieren. Können hier die Lücken sehen. Han Kwan Son. Und 5 zu 0. 5 zu 0. Und ich weiß nicht, ob man die Einstellungen jetzt noch angucken kann. Aber das ist unglaublich, was hier gespielt wird von der Mannschaft. Ihr seht, die Einstellungen sind nicht verändert. Es bleibt einfach alles dabei. Es ist weiterhin auf Legende mit den Einstellungen. Und die CPU verhaut alles. 5 zu 0. Ich denke, hier ist das Ganze mehr als durch. Und wir sind Champions League Sieger. schon wieder der Fehlpass. Schon wieder unser schnelles Umschalten. Han Kwan Son geht da mal eben. Aber wirklich locker an Kante vorbei. Warte, dass die Lücke da ist. Und jetzt machen wir nochmal das Tor zum Abschluss. Das Tor zum Abschluss. Das Tor zum Abschluss. Und wenn das nicht eiskalt war, was war denn eiskalt? Ontiverus zeigt, Kurtz war, wer der King im Ring ist. Richtig schön auf Lücke gelaufen. Extra mit Han Kwan Son da rübergezogen. Und dann dieser Lupfer über Kurtz war, der davon Albträume kriegen wird. Da bin ich mir sicher, Tor des Jahres vielleicht von Ontiverus hier unfassbar abgekocht. 7 oder 6. 6 zu 0. in der 88. Noch ein Konter, Chelsea. Noch ein Konter, Chelsea. Ich glaube, ihr habt da richtig Lust zu. Und Han Kwan Son ist zu schnell für eure Defensive. Obwohl Rüdiger da ganz gut mitgeht. Han Kwan Son. Und der versucht es genauso. Schafft es allerdings gegen Kurtz war nicht. Ja, ich sage mal, wenn es hier noch drauf ankommen würde, hätten wir den durchaus platzierter machen können. Hazard wird versuchen, irgendwie die Linie runterzuziehen. Schafft er allerdings nicht. Und ich denke, das zeigt schon die Verzweiflung hier an von Chelsea. Wir gewinnen das Ganze 6 zu 0 im Finale. Höchster Sieg seit langer Zeit. Und dabei war es davor immer unfassbar knapp. Ich denke, ja, Tor des Turniers können wir uns gerne nochmal angucken. Hier, das war es glaube ich nicht. Ne, das war es nicht. Sondern, dass danach Ontiveros hier extra von Han Kwan Son gewartet. Und dann dieser Abschluss. Also, ganz ehrlich, da tut mir Kurtz war schon ein bisschen leid, dass der so alleingelassen worden ist. Ihr seht auch, wenn eine Parade, dann ist die eigentlich von Kurtz war. Aber das war ein eindeutiges Spiel. Und damit sind wir jetzt Champions-League-Sieger mit dem FC Malaga. Die Folge wird wahrscheinlich wieder später kommen, da wir es jetzt schon nach 18 Uhr haben. Das heißt, ich schätze so, Upload-Zeit. Mal gucken, ob ich das schaffe. 21 Uhr. Na, das wird wahrscheinlich eng. Ich sag mal, 21.30 Uhr. Mal gucken, ob ich das bis dahin schaffe. 6 zu 0 im Finale gewonnen. Und dann schauen wir jetzt nochmal die anderen Tabellen an. Wie wir dann erstens in der Liga stehen. Da sind wir leider dritter hinter. Atletico und Barcelona vor Real Madrid allerdings. Und punktgleich mit Atletico. Also, das geht einigermaßen klar. Und der Pokal. Da sind wir, glaube ich, schon draußen. Weil ansonsten hätte ich das wahrscheinlich mitbekommen. Wir sind im Halbfinale gegen Barcelona gescheitert. Aber ansonsten echt super Vorstellung von unserer Mannschaft. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich wieder über 1000 Likes nach oben freuen. Vielen, vielen Dank für euren großartigen Support in letzter Zeit. Und dann checkt definitiv gerne meinen Zweitkanal aus. Mein Merch in der Beschreibung. Und wer jetzt noch dran ist. Hashtag, was sehe ich gerade. Hashtag Malaga. Machen wir es ganz einfach. Hashtag Malaga in die Kommentare. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.